Buh, scheiß Trolle. Super, alles wieder machen. Okay, nochmal das Ganze. Und diesmal mit mehr Klingbarriere. Das macht bestimmt einen großen Unterschied, oder? Boah, mach doch nicht so viel Scheiß. Feuer-AE überall hin. Ach, Feuer-Eis-AE, meinst ich. Gott, was halten die raus, die Klinge? Die sind viel übler, als ich erwartet hätte. Wie sind denn die kategorisiert? Ja, herausfordern. Ja gut, das kommt hin. Das ist passend, würde ich sagen. Hier, du auch noch. Oh, wei, wei. Ich hab nicht mitgekriegt, wie viel Erfahrung die jetzt geben. Mal aufpassen, wenn der nächste fällt. Oh, oh. Ich bin tode nah. Hall' um. Schon wieder 333. Es gibt alles 333. Erfahre, äh, Geld oder sowas geben sie nicht. Oh. Ja, das passt gut ins Eisgebiet. Das passt sehr, sehr gut. Ne, wir machen Kandumsfeuer. Okay, wir folgen einfach immer den Pfeilen. Noch mehr von euch. Oh, Kacke. Höllenfrost-Worgen. Auch interessantes Tier. Okay. Okay, so macht man den Schaden. Ja, weiter. Immer. Noch ein bisschen mehr. Da geht noch was. Siehst du. Oh. Alles klar. Könnt doch noch was werden mit dem Level Up. Muss ich sagen. Hier ist ein astrales Tor. Schon wieder. Aha. Interessant. Ja, Ari, werf gleich Reste behaupten. Richtig sehr bald gut. Überreste. Schaut mal. Überreste. Feueroberal. Die da hinten auch Überreste hinterlassen. Oh, keine gesehen. Ein Kristall schon wieder. Ein Eiskristall. Sehen wir mal wieder, was Meppel macht. Das Unterreich. Die Schlacht tobt. Ja. Aha. Das. Wie war denn das? Kannst gar nicht sagen mehr. Boom. Yes. Das. Der amüsiert sich ja fantastisch. Oh Gott. Ich glaube, das wird uns noch richtig heftig Ärger bereiten. Oh Mann. Naja, die Hunde können zum Glück nicht führen. Planares Tor. Planares Tor. Oh Gott. Das wird ja mal berrinnt. Kriege ich so das Gefühl. Naja. Kältefaden. Da war ja was. Naja. Aber ich würde sagen, das genügt dann. Lala. Ausruhen. 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 Endlich. Nervig. Tja. Tja. Das war also doch noch immer noch immer nicht das letzte Mal, dass wir Neverland 1 spielen. Und im Moment. Und im Moment muss ich sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nächste Mal das letzte Mal wird. Wir werden es ja sehen. die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht. Woher gehen wir denn da hin und stehen noch rundherum? Oder mindestens einer, sagen wir es mal so. Naja. Wir werden es ja sehen. Dies war Let's... Keine Ahnung. Ich hab gar nicht auf die Zahl geschaut. Ah, 20 hatten wir. Let's play Neverland 1 Part 21. Und ich danke euch fürs Zusehen. Und ja. Bis zum nächsten Mal, dass dann vielleicht endlich mal das Finale ist. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.